Hi und herzlich willkommen in der Serie 38 im Winter zur Fotoherausforderung. Ich übernehme den Fall. Fotografiere den Detektivtank beim Aerodromo Endless Silver ist die Aufgabe und das Aerodromo befindet sich hier unten im Süden der Karte. Und wenn wir zur XP-Tafel in der Nähe vom Scheunenfund springen und dann direkt links abbiegen zu diesem Flugzeugwrack hier, findet sich da oben, oben auf dem Flügel, genau da, der Detektivtank. Wenn wir da ein Foto machen, haben wir damit die Fotoherausforderung abgeschlossen und bekommen die Hupe Tigergebrüll. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.